Ich hab euch im Auge, Hüter. Der alte Mann will also, dass du babysittest. Ich bin deine Lufthoheit. Von einem Kabalkreuzer aus? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal miterlebe. Lass uns nochmal reden, wenn du die Kaiserin kennengelernt hast. Schon gut. Ehrlich gesagt finde ich es schön, wieder mit euch beiden zu arbeiten. Da sind wir uns ja mal einig. Aber sehr. Vielen Dank.